Hallöchen Kai, Hallöchen Christian. Also ich habe jetzt hier das Video, also den YouTube-Kanal entsprechend ein bisschen überarbeitet. Man kommt also auf die erste Seite, findet dann hier ein Video, dann hier unten alle Uploads, die da sind. Man kann auch gleich dann hier entsprechend ein Video abonnieren. Darüber hinaus habe ich hier oben noch die Aeroletic-Webseite und die Lipoletic-Webseite verlinkt. Wenn man hier draufklickt, dann springt man also gleich direkt aus dem YouTube-Kanal in die entsprechenden Websites. Das ist also hier mit drin. Abonnieren kann man auch. Dann hatte ich noch hier das Aeroletic Medical Fit Network. Ich hätte lieber Aeroletic Medical Fitness Network hingeschrieben, aber es sind nur 30 Zeichen Platz. Also heißt es Aeroletic Medical Fit Network und habe hier den Kanal von der Medical Fitness Academy auch noch gleich mit rein verlinkt, wenn das so entsprechend alles hier drin ist. Ja, ich werde dann, wie gesagt, das ist alles jetzt Kleinkram, das können wir alles später noch dann optimieren. Ich werde noch das Logo hier oben optimieren. Das Logo hier im Profilbild ist abgestellten wir gerade auch noch. Momentan aber gibt es andere, die Fehler sind, wie zum Beispiel die Präsentation. Und wenn ich jetzt gerade noch dran bin. Jo, hier sind alle hochgeladenen Videos entsprechend drin. Ja, dann gucken wir einfach mal, was wir hier noch dann machen können. Aber erstmal haben wir hier schon ein bisschen was dann drin. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, ich habe auch gerade mal geschaut. Ist dann entsprechend der Qualitätsstandard ist dann hier. Man kann also entsprechend hochsetzen auf 720. Das ist schon mal super. Und damit kann man schon mal anfangen. Und Kai, ich habe da nochmal was reingestellt in WhatsApp. Du kannst das auch dann in 1080p mit 60 FPS. Das ist also 60 frames per second. Das ist relativ hochwertig. Dann auch noch weitere Videos dann hier hochladen über dein iPhone. Dann ist der Speicherplatz auf dem iPhone zwar schnell weg, aber die Videos haben eine bessere Qualität. Jo, das war's erstmal. Bis dann. Und bis morgen. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.